Hm, ich hoffe, die beeilen sich mit dem Auftanken. C4 habe ich ja noch, aber das bringt uns hier gerade wenig. Die Frage ist, wie komme ich weiter voran? So, erstmal nachladen, die RPD. Oder auch nicht. Duftunterstützung. Duftunterstützung. Hallo? Wir gehen jetzt einfach mal hoch, weil ich nicht wieder von einer scheiß Granate gekillt werden will. So, Mini-Uzi nachladen, das Teil. Und da kommen sie auch schon, die Nächsten. Ey, verdammt. Wenn ich jetzt sterbe, ne, dann schreie ich. Leute, dann schreie ich so sehr. Okay, ich muss jetzt erstmal irgendwie hier klarkommen. Ey, ihr wollt mich doch verarschen. Kann unser Hind jetzt auch mal was killen? So, rein da. Schnell, 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 ins Haus, schnell. Wo sind... Wo sind Gas und meine Leute? Hallo? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Ich höre doch hier, wir haben Gesellschaft. Irgendwo, unten. Jetzt mal ernsthaft. Option, habe ich irgendwo... Die Schwierigkeit... Ey, das ist doch nicht mehr... Hallo? Die killen uns mit ein, zwei Schüssen. Also nochmal, Moment. Ich gehe jetzt gleich die Treppe runter, ne? Passt mal auf. Okay. Überprüfen wir die anderen. Wir sind angriffsbereit und erwarten weitere Anweisungen. Jo. Verdammt. Ähm... Wo schicken wir die Luftentstützung... Äh, Unterstützung denn diesmal hin? Da unten hin? Okay. Ich glaube, das war das falsche Haus. Aber egal. Ich mache das hier auch im Alleingang, wenn es sein muss. Nein. Gas und Co. sind ja da. Die Frage ist, wo muss ich hier jetzt hin in 8 Metern? 7, 6, also irgendwo hier drin. Verdammte Scheiße. Geh mal weg, du! Bastard. So, weiter raus hier jetzt. Und wir dürfen nochmal 100 Meter laufen. Die Frage ist, wohin? Ich werde jetzt einfach mal hier so... Wir müssen auftanken und uns neu bewaffnen. Wir werden eine Weile nicht verfügbar sein. Och nein, Leute. Ich sehe es ja schon. Langes Ding. Durch die Tür hoffentlich. Und... Das passt. Schade. So. Ich werde mal außen rum gehen, bis die... So kann man das natürlich auch machen, wenn man auf die... Oder auf den Heli wartet. Ne, genau. 2, 5 hier. Wir müssen auftanken und uns neu bewaffnen. Wir werden eine Weile nicht verfügbar sein. So. Ich weiß nicht, ob man das jetzt im Video gemerkt hat, aber ich hatte mich mal kurz stumm gestellt, weil ich niesen musste. Aber... Wir machen jetzt weiter hier bei Call of Duty. Kein Problem hier. Jetzt... Jetzt bin ich gut drauf. Ich musste mich nur warm machen, ja? Jetzt hier schön... Bam, bam, bam. Warten wir mal auf die Luftunterstützung und verrecken nicht wieder gleich. Ich hoffe einfach nur mal, dass das gut geht. So, schauen wir mal, ne? Negativ. Wir tanken gerade auf. Bitte warten. Wir bewaffnen uns gerade neu. Bitte warten. Geht doch, oder? So. Wir sind 2, 5 hier. Wir sind angriffsbereit und erwarten weitere Anweisungen. Hier ist 2, 5. Wir haben das Ziel. Erwartende Fälle. Na, dann komm mal her, Heli, wollte ich jetzt sagen. Ne, aber dann kommt mal, weil auf die Luftunterstützung bin ich gespannt. Und... So. Räumen wir dieses Haus. Bin ich überhaupt richtig? Hier kommt man ja noch nicht mal durch. Was soll das? Scheiß hier... Oh. Scheiß Call of Duty Engine. So, räumen wir mal ein bisschen im Haus auf. Der Heli ist ja auch noch da. So, hier einen schönen Trickshot mit der Granate. Auch wenn ich gleich wieder tot bin. Und Leute, wo dran? Könnt ihr mir, äh, ja, sagen, von wo ich da getroffen wurde? Es ist für mich gerade nur noch ein Sterben. Aber so kann man die Zeit in einem Spiel natürlich auch verbringen. Was? Das Feuern auf Kameraden? Das ist jetzt nicht euer Ernst. Okay. Okay. Nur, weil ich hier mit dem Granatwerfer hochgeschossen hab. Hallo? Liegt woanders lang. Also, ich muss sagen, von der Luftunterstützung bin ich enttäuscht. Und zwar sehr. So, Granate. Wir machen das natürlich mal ganz ge-connt und ganz geskillt. Ähm, und zwar bin ich gleich wieder tot. Kann ich hier jetzt nicht die Axt nehmen und die da mal irgendwie rüber werfen? Und wo sind überhaupt meine Leute? Wollen die mir auch noch mal helfen oder bin ich hier allein? Ich bin alleine, oder? Was machst du hier? Los! Komm, kämpf mal hier. Komm mit! So ne Affen sind das, ne? So ne Affen. Ey, jetzt verreckt! Da drüben, ey. Ich krieg hier gleich so einen zu viel. rein und... Das meine ich mit mir wird hier überhaupt nicht gehäuft. So, dann haben wir ja nur noch das Gebäude da hinten, wo ich gerade drauf gezielt habe. Nämlich in 90 Metern Entfernung. Ne, diesen Stall da hinten, ne? Der müsste das sein. Das da. Lange Granate. Glaube ich zu kurz. Oh, oh, da sind sie. Das ist ja mal ganz gefährlich hier. Haben wir vielleicht... Wir haben das C4. Kann ich damit vielleicht einen hier so? Zack, rüber und... Ja, Mann. So, dann kommt mal Luftunterstützung. Jo, es ist ein bisschen zu stillen und ich hab ne Granate gehört. Haha, das war nix. So, haben wir's? Können wir jetzt... Ins Haus, ja, ne? So, dann geh ich mal, bevor unsere... Macht die Tür auf ihr, verdammt... Da ist unser Heli jetzt. Was zum Geier. Woher war die Bombe? Ich war's nicht. Ich war's nicht. Wer sonst? Ich war's nicht. Wer? Ich will einen Namen. Einen Namen. Ich will seinen Namen. Geh mal lieber ans Handy. Sir, das ist dein Handy. Das Unsichtbare. Ah. Hallo? Oh. Wer ist er? Sakhajew. Imran Sakhajew. Sakhajew. Ich denk mal, der Name wird noch... Ja. Der Name hat noch eine größere Bedeutung. Was? Weiß ich jetzt noch nicht genau. Aber ich glaube, das ist unser nächstes... Ziel. Kann das sein? Ukraine... Ich war damals nur ein Lieutenant. Hab die Drecksarbeit gemacht. Chernobyl. Weihnachten für die Bösen. Selbst zehn Jahre danach kommen sie hier noch an atomares Material. Und zwar viel. Inklusive einem gewissen Imran Sakhajew. Natürlich konnten wir das nicht zulassen. Geld für verbrauchte Brennstäbe? Klingt nach einem Vernicht...